Part 3, endlich mal wieder ein Whatsapp. Ich hab mir ja gesagt damals, dass ich euch immer informiere mit meinem Whatsapp und euch erzähle, was die nächsten Shows sind, welche die nächsten Videos sind, die online kommen und vieles, vieles mehr. Jetzt wieder offiziell. Es nimmt alles wieder ein bisschen Struktur an. Morgen ist es schon soweit, nämlich morgen ist der 29.12.2010. Wir machen weiter mit dem Halbfinale des Kaspersky Invitational und dort haben wir zwei spannende Spiele. Es sind im Prinzip nur noch Koreaner. Red ist eigentlich kein Koreaner, lebt aber auch in Korea und spielt dort die GSL. Top wird gegen Zenia spielen als erstes, nämlich um 15 Uhr, da solltet ihr schon mit dabei sein. Und um 16 Uhr, wie gesagt, Red, der spielt gegen MC. Das ist das Halbfinale, das ich euch auf jeden Fall schon mal nahe legen möchte. Und damit ihr auch keine Spiele mehr verpasst, erzählt euch auch direkt schon mal, dass einen Tag später, am 30. auch das große Finale ist. Die Gewinner aus diesen beiden Partien werden gegeneinander antreten. Es geht um 800 Dollar. Da sind wir natürlich auch mit am Starten. Ich bin wirklich schon heiß. Lass mich überraschen, wer es sein will. Ich hoffe und drück Red beide Daumen, dass er es packt und dann um 800 Dollar spielt. Insgesamt gibt es 1700. Weitere Hinweise ist natürlich schon mal, der Sonntag, der kommt. Da wird es auch wieder Go4StarCraft 2 geben. Dann wie gewohnt am Sonntag ab 14 Uhr werde ich mit dabei sein. Eventuell auch wieder einen Co-Mod haben. Ich werde mich jetzt mal wieder ran machen. Schaltet auf jeden Fall ein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß noch und hoffe, dass wir uns auf dem Stream sehen, wie gewohnt. Schaut einfach unten in die Comments. Zum Stream geht es dann über den Link. Bis dann.